Nick, du wohnst jetzt seit einem Jahr im Sunset Tower. Die lieben mich hier. Du schuldest ihnen 600.000 Dollar. Okay, ich werde das irgendwie alles regeln. Und die nächste Rolle schnapp ich. Und wenn ich sie habe, wird sie schlagartig alles ändern. Und ich bin wieder da. Nicht, dass du irgendwo gewesen wärst. Dracula's Cage. Oh mein Gott, ich liebe sie. Okay. Er war so gut in The Rock. Was ist mit nur noch 60 Sekunden? Hast du die Crews 2 gesehen? Nein, ich bin 44. Warum sollte ich die Crews 2 sehen? Ich habe Face Off gesehen. Und Con Air. Ein Angebot haben wir. Um was geht's? Du fliegst nach Südspanien. Zur Geburtstagsparty eines sehr wohlhabenden Gentleman. Sowas würde ich nie machen. Du bekommst eine Million, Nick. Ich mache es. Der Typ, den das Haus gehört, wie heißt der? Javi. Falls Javi will, dass ich seine Frau vögel oder ihn zusehe, wie er seine Frau vögel, das ist ein No-Go. Das ist No-Bueno. Ich bin Javi. The Cage. Nicolas Cage? Nein! Das ist so scheiß cool. Ich freue mich dermaßen, dass Sie hier sind. Soll das etwa ich sein? Das ist grotesk. Ich gebe dir 20.000 dafür. Was hast du da? Göttliche Inspiration. Ich habe echt Schiss. Das ist schon bei drei. Stehen wir auf und hauen ab. Sie kommen! Nimm meine Hand. Du bist schwerer als du aussiehst. Ich habe einen sehr großen Kopf. Gehen Sie schon. Ich werde dich nie vergessen, Mann. Mr. Cage? Wir hätten einfach außenrum gehen können. Ja, sieht fast so aus. Ich werde dich nicht vergessen.